Die Welt war schon immer ein kranker Ort, doch hat es erst ein Virus gebraucht, damit es jeder sieht. Wie für alle da draußen schien auch die Welt für uns stillzustehen. Aber wir sind nicht stehen geblieben. In die Isolation getrieben haben wir das gemacht, wofür wir leben. Musik. Tag für Tag. Immer weiter in den Untergang, um stärker und lauter zurückzukommen als je zuvor. Neue Noten für das Land. Neue Zeilen für den Verstand. Wir sind wieder da. Ein Leben lang. Auge um Auge, zau und zau. Hast nur den Kampf in deiner Hand. Ein Bild. Ein Leben lang. Ein Leben lang.